einen wunderschönen da bin ich auch schon wieder euer odin und ich begrüße euch zu einem neuen video ich habe eine anfrage bekommen ob ich ein video machen wollen würde zu einem produkt beziehungsweise ich seh das ja sowieso in der video beschreibung zu einem fliegengitter das ist hier und ich würde sagen wir wechseln mal in die unboxing ansicht dass ich euch das näher zeigen kann so wir sind in der unboxing ansicht wenn wir uns das mal ganz genau angucken was da drin ist und wie die qualität ist das ist plastik also das ist jetzt nicht stoff sowie wie man das von fliegengittern kennt was ich eigentlich gedacht habe das ist wirklich ja man ja noch mal zimmer klettband das war dann an der seite irgendwie festmachen können dann haben wir hier das klettband für die tür für einmal komplett rum denke ich mal was haben wir hier drin ich habe eine plastiktür also ich werde hier keine reißwecken oder sowas reinmachen können würde sich mein vermieter aufregen ja die kann ich leider nicht nutzen ich habe keine holztür ich habe eine plastiktür kann ich leider nicht benutzen so dann haben wir hier noch mal welche auch wieder so nägelchen zeig euch die normal die kann ich leider nicht benutzen zeig euch noch mal die hier ich bin ja jetzt ein bisschen weiter weg habe die kamera ex ein bisschen höher gestellt die werde ich auch nicht die werde ich auch nicht nutzen können weil ich eine plastiktür habe mein vermieter den arsch aufreißen wenn ich da war drin machen so dann haben wir hier die anleitung und hier haben wir das fliegen getan und die wichte sind auch die sind gut ich werde mal kurz hier oben haben wir denn noch so eine ich werde mal so machen dass ihr das vielleicht ein bisschen besser seht ich habe mir ein blatt papier hier liegt ist halt so eine so eine kante damit es schön aussieht also so hart gardine mäßig gemacht die ist aber lose und könnt auch abmachen wenn ihr wollt aber hier unten das ist halt dann wirklich so richtig also das ist kein stoff das ist so richtig schön gummi also das ist wirklich stabil und hier innen drin haben wir dann ich mach mal so dass ihr das vielleicht besser sehen könnt wir haben hier klettband mit weiche und hier und das wird dann natürlich an die tür angeklebt wo wir das dann machen können dann gucken wir uns mal die anleitung an die wir hier mit bei haben wir haben sie in französisch spanisch dänisch niederländisch polnisch englisch und deutsch und dann natürlich bilder noch mal wir sollen das auslegen dass es gerade liegt dann sollen wir das klettband dran machen an das an die an die ans fliegengitter dann sollen wir das justieren das festmachen links und rechts und dann kann man festkleben so reinigen sie den rahmen gut legen sie den vorhang flach auf den boden kleben sie das klettband auf das fliegengitter also hier rauf kleben ich werde mit josie zusammen machen also da wäre ich dann wahrscheinlich nicht filmen können ziehen sie die rückseite des obersten teils ab um den oberen rahmen zu montieren ziehen sie die rückseite ab um kleben sie beide streifen fest hat es für links und rechts dann verwenden sie den klettverschluss um den vorhang bei bedarf zu binden hinweis feuer fernhalten von feuer fernhalten lassen sie beim messen die unterseite der den vorhang 24 stunden an der von ihnen installierten stelle bitte lassen 24 stunden an der stunden an nach der installation was sowieso in den 24 stunden land dran lassen bevor wir dann ab machen können also eigentlich ganz wie sie erklärt würde ich sagen das material ist auch echt gut die größen waren jetzt halt nicht so ich muss mal gucken wie ich das dann mit der linken seite mache weil meine balkontür wirklich ein echt beschissenes maß hat aber ich hoffe dass sie dann trotzdem passt oder dass ich es passend machen kann und hier haben wir dann ja mannete dass die dann halt zusammenhalten ich mache das mal so dass das sieht dann etwa so aus wenn es dann hängt sieht es dann so aus hier sind die magneten sind auch was ich sagen muss es sind wirklich nicht es ist nicht viel platz zwischen den magneten was ich sehr gut finde ich hatte schon mal so was in der art da war aber hier man geht dann waren hier man geht und dann weiter unten noch mal hier haben wir wirklich ja so drei finger breit also meine dicken finger drei finger breit zwischen den magneten und dann haben wir auch hier die manneten war so lang dann war drei finger breit man geht drei finger breit man geht die sind wirklich schön dicht zusammen das ist auch wirklich dicht hält und nicht dass es denn so wie bei dem was ich vorher hatte dann halt so locker ist und dann halt hier irgendwie doch noch viel zeug durchkommt und auch die qualität ist jetzt nicht so leichter gardienstoff das ist schon wirklich härter schwerer da bin ich mal gespannt und ich hoffe weil ich habe ja mit mit so klebeteilen schlechte erfahrung weil bei mir die sonne direkt drauf knallt ich hoffe dass wenn ich das jetzt im winter anbringe dass im winter die ganze zeit hängt der kleber sich mit der tür verbindet alle drum und dran schön fest ist dass dann im sommer auch wenn die hitze direkt darauf böllert nicht der kleber ab geht weil dann müsste ich mir was anderes einfallen lassen weil ich habt ihr die pure sonne drauf und also auf dem balkon 45 grad ist es nix so dann würde ich jetzt hierfür erstmal ein cut machen ich weiß gar nicht ob ich das hinten herange oder ob ich das als unboxing und als montage video mache oder halt nur wenn es dann montiert ist euch noch zeige das weiß ich jetzt gerade gar nicht deswegen mache ich jetzt einfach mal so ein cut werdet ihr sehen ob er hinter was kommt wenn ich mache ich nachher den verabschiedungen noch mal einzeln ach so hier unten sind auch noch mal gewichte ach die kann man auch schieben kann man die denn auch schieben hier die sind fest jedoch die kann man auch schieben die kann man auch so ein bisschen sich anpassen wenn man sagt hier unten braucht nicht so da kann dass man die oben hier vielleicht ein bisschen dichter zusammen macht das ist gut das ist sehr gut aber ich würde es eigentlich so standard lassen die unten noch ein bisschen auseinander machen so was sieht eigentlich ganz gut aus so dann mache ich jetzt hier erst mal cut so noch mal kurz dazwischen ich habe jetzt gerade geguckt passt ganz knapp also aber so wie sein soll also ich habe mich nicht vermessen und ich habe mich gewundert weil wir haben hier ein dickes klebeband an der oberen seite und an der seite er dünn wir haben zwei klett bänder dran ja und beim oberen lasse ich euch mal teil dran haben das untere da ist nichts hat es ohne seit nur oben dass wir klettband dran machen müssen dafür legt jetzt mal hier so gerade nehme hier das klettband und befestige das klettband hier oben da wird sein soll zieht auch gerade so und somit haben wir das obere teil eigentlich komplett wie ihr seht hier fangen wir hier vorne an und können dann hier praktisch können dann hier gut weg schneiden somit haben wir das jetzt weggeschnitten und haben das dran jetzt müssen wir das gleiche mit beiden seiten machen ich würde das auch eigentlich alles dran lassen und machen wir das jetzt einfach mal hier auf der oberen seite ich mache mal das messer hier weg machen wir das jetzt fangen jetzt hier oben an so das dicke habe ich jetzt wirklich bis zum ende gemacht und dann nehmen wir uns den anfang wir rollen ist am besten hier noch mal so ein bisschen auf ich mache das mal noch ein bisschen weiter aufgerollt so und wir fangen nämlich jetzt hier oben an jetzt hier mit der hand gerade und dann gehe ich hier richtig schön oben ran und klebt das hier rauf so und ihr seht ich bin jetzt schon schräg gekommen jetzt bin ich aber gerade warum macht man zuerst das klebeband hier rauf und klebt dann an dass man halt eine tür nicht schräg kommt weil so klebt man das auf vernünftig gerade und passt alles und dann sind die auch auf spannung mit unten am boden die bänder und auch links rechts ist nämlich die abmessung damit er da halt nicht in der mitte zu schlackig ist also hier das sind dann halt hier nicht so locker ist das wirklich das sind wirklich so ist und dann können wir hier auch unten komplett abschneiden ich mach das mal hier so ein bisschen weg also am besten ihr macht dann den stoff hier so ein bisschen weg so schneidet er genau da ab so dann ist hier so mühe übrig aber das ist egal und ihr habt eine seite fertig jetzt müssen wir das ganze mit der anderen seite machen und dann fangen wir hier halt wieder ganz normal an hier oben schön bündig an dem klettband von oben und dann und am besten halt mit einer hand hier immer gerade streichen und ein bisschen auch spannung machen so und jetzt sind wir am ende guck noch mal nach sind wir bündig eigentlich hier unten die meter millimeter daneben kann man noch mal justieren sagt aber jetzt sind wir sowas von gerade so jetzt wieder den stoff hier unten so ein bisschen weg im bogen das soll das dann hätte hier abschneiden können und dann gerade machen super perfekt ja da brauche ich dann hilfe weil beim anbauen festhalten und so weil bei mir ist es halt doof ich habe bei dem türrahmen habe ich so eine chalesee und das ist halt wirklich da kommst du wirklich nur mit zwei fingern ran irgendwie und da muss der dann muss unten festgehalten werden mit die wichte und so dann ein bisschen höher gemacht werden dass es nicht so doll nach unten zieht dass ich das da halbwegs oben rin kriege da muss mir die große denn dabei helfen aber naja das werden wir dann nachher machen so koffer durch den wind und so kann man mich trotzdem noch hören ich habe es jetzt angebaut ich hatte wie gesagt ich habe das auch extra mal gelassen wie ich es früher hatte das sind die alten die habe ich dann hier am schalisettenkasten von innen festgeklebt mit mit heißklebepistole weil der normale kleber nicht erhalten hat aber der hier der ist bombenfest also ich habe das jetzt hier festgeklebt ich hatte das hier jetzt verjessen lose zu lassen damit man das hier auch ab machen kann zeige ich euch gleich ja ich brauche ich es da so das war ein aktes hier wieder lose zu kriegen aber halt hält trotzdem noch wie bombe so und jetzt hier auch noch lose machen zack von unten an bis oben zu ich habe mich dafür entschieden dass ich die dran lassen werde also dass ich die dran lasse oder überhaupt dran mache weil wir hängen ja auf dem balkon wäsche auf und jedes mal hier durch wenn das fliegengitter praktisch zu ist ich weiß nicht ob das denn so gut ist wenn bleibst du vielleicht mit einem korbchen mal hängen oder so und so machen wir uns das dann hier ab zusammen auf beiden seiten wenn wir wäsche aufhängen und dann kann man das dann nachher wieder zu machen ich denke mal das ist ein bisschen besser aber so bin ich begeistert von der qualität ja komm Mietz komm her komm her ja fein ja fein ja fein so jetzt nochmal von drinnen ich habe klassalisierung der macht wegen den häusern dass man nichts sieht es ist wirklich schön zu und auch was geiles ich mache es auf um durchzuschlüpfen zack und weg und alles wieder zu also wenn der kleber jetzt noch vernünftig hält hier oben seht ihr dass ich habe nicht so viel platz hier ist schon ein bisschen kleber drunter aber das ist wirklich hier wirklich nicht viel platz aber sollte hoffentlich halten ich habe mir mühe gegeben aber da bin ich halt hier oben an der stelle bin ich ein bisschen runtergerutscht weil da ist irgendwie eine beule hoch gewesen kann sein dass da eine schraube vom kasten ist oder so aber ist überall dran und hält das sollte auch soweit gewesen sein der Koffer hat euch gefallen wenn es euch gefallen hat Däumchen wäre ein Träumchen wir sehen uns im nächsten Video bis dahin Ahoi sagt euer Odin ist Däumchen ich